Hallo und herzlich willkommen in YouTube. Hier ist wieder euer Gitar-Tim-Hardee und mein Bruder Marcel90 Mahlzeit! Hallöchen! Und das dürfte jetzt die sechste Folge sein, die wir jetzt gerade aufnehmen und wir spielen... Hab ich schon Portal 2 ges- Ähm... Ist fuck it! Ähm... ich traue dem ganzen Zeug hier nicht! Der woche... Frag nicht wo es herkommt! Ah ne, der hier unten der Schredder oder weil das immer das ist! Ah! Das ist schön! Das sieht gleich aus, da unten! Ja, da will ich da will ich da will ich Urlaub machen! Oh, wer kommt da ganz einfach rüber, wenn wir da oben reinkehren? Ähm... Kannst du denn... ne, umkehren oder sowas? Die Strahlen? Mach mal da eins hin! Und da eins hin! Und dann springen wir da drinnen! Oder ich! Ich gehöre keine Plattform! Wie geht denn das zu? Wie geht das auch? Da oben das! Ist egal, mach mal! Stimm mal da rein! Ja, das passt nicht! Öh, schade! Ja, war klar, dass ich nicht genug Schwung habe! Ich meine, der Schwung wird ja sogar schon verdoppelt! Ja, so wird es gehen, wenn ich die so mache! Ja, aber jetzt kommst du da nicht rein! Oder? Du springst von dann erst! Oh, da, wir machen es so! Ich weiß wie! So? Aha! Du musst da stehen bleiben! Warte! Ja, ja, klar! Ich weiß! Mach du das andere Portal hier hin! Mach hier! Ein Portal hin schon mal! Und jetzt? Mach du deinen Start! Äh, ne! Genau! Ich bin bereit, um das andere zu machen! Ja! Schon mal einer von uns drin! Äh, ich hab hier ne Würfel! Ja, den kriegen wir denn drüber! Ach, du kannst mir den nachher fallen lassen! Ja, weil die hochlaufen! Ne, äh, wärst du doch oben geblieben direkt! Oder kannst du von deinen Portal nicht setzen, wenn du musst! So, also! Erstmal! Komm ich hier hoch! Oh, ich weiß nicht, ob ich mein Portal gesetzt kriege! Oh, oh! Kann sein, dass halt nicht hinhaut! Der musste schon, ja! Du musst deins auch direkt setzen, ne? Ja! Mach mal in! Ne! Oh! Hab ich's geschafft? Ne! Ich kann nicht durch die Gitter schießen! Hab ich die schon! Aber? Vielleicht gerade halt nicht! Kommt jetzt gerade nicht durchschießen! Ähm, andere Lösungen! Kannst das ja gerne auch mal probieren! So, dann machen wir doch mal so! Dann mach ich die Portale! Dann probierst du das mal! Ja! Ja! Was muss ich denn jetzt? Das hab ich da! Lass dich fallen! Tja! Spinnensinn, ne? Das waren Reflekte! Ja, ja! Du bist auch Reflekt! Hehehe! Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue! Pup! Sehr gut! Ja, das mit dem Singen üben wir nochmal! Vielleicht guckst du dir das nächste Mal den Text erst mal an. Einmal Life of Brian, sehr schöner Film, sehr guter Film. Das stimmt. Wir sind jetzt... Boah, die werden immer größer decovert. Ich bin hier drüben. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich wieder da. Mach mal eine Dance mal. Also. Was das mache ich? So geht, wa? Nee. Kommt hin? Kommt hin. Kommt hin. Ja, kommt hin. Und... Ist das schlau, dass wir beide hier oben gehen. Ja, hier ist ein Laser, aber auch keine Portalfläche. Aber ein... Ah, guck mal. Nein, daneben. Du musst dein Portal nochmal neu setzen. Ja, warte. Guck mal. Ja. Nein. Ah, der Würfel kommt. Passt? Passt. Ja, der kommt hier gerade. Da. Wo müssen wir denn da mit hinschießen? Die müssen Laser... Lasern, lasern. Ja. Da ist er. Wir könnten eventuell die Kamera mit Gebäude kaputt machen. Ah, ne, wir müssen da. Wartet, da hin müssen wir da. Das war's. Ich wollte anmarkieren. Da. Wie ist der? Da. Ja, da komm ich nicht hin, dann muss man da auf der Portal machen. Ja, ja, klar. Da. Und, und, und. Und, und. Ja, genau. Da hin. So. Ich geh erstmal zurück. Genau, geh du mal dahin. Oh nein. Oh, du bist zurückgeflogen? Lol. Klar. Schaden genommen. Ne. Hätte ich oben bleiben sollen? Weiß ich nicht. Warte mal. Der, der muss gedreht werden. Mach es doch mal. Mach es doch mal. Der kommt schräg durch. Der kam jetzt schräg. Sag mal, ob er nicht treffe. Oder wo ich hin muss. Mach mal, mach mal hier hin. Dann läser hier hin schieß. Dann, oh... Warte, 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 warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Wir haben wir geschafft. Doppelstrahl haben wir. Wo ist jetzt die Tür aufgegangen? Ne, ne, die Tür ist immer offen. Aber die Leiter, äh, die Treppe ist aufgetraubt. Ja, wie kommen wir jetzt rüber? Aber warte mal, wir können die Portale auch von woanders wo setzen. Meinst du? Ich krieg das hin nicht gesetzt. Klar bist du das gesetzt. Du kannst ja von der Kante ausschießen. Klar, das geht locker. Versuch erstmal irgendwo da hinzukommen. Irgendwie. Dann krieg ich hin. Aber hier im Portal, dann... Warte mal. So. Nee, dann kriegen wir das nicht weiter. Nee, geh du einfach springen. Spring einfach. Ja, mach du mal da, dann schon mal hin. Genau, das andere kannst du, komm auch rein. Nee, da hin. Kannst du gar nicht, ich kann da nicht drüber springen. Ja, schön, jetzt bist du. Ja, ich muss mich wegen, ey. Du musst dich auch mal bewegen, Junge. Ich kann durch... Wir müssen beide in den unteren, damit wir... Ich brauche die Treppe gar nicht. Ach, deswegen brauchen wir die Treppe, scheiße. Geben, lass uns mal den unteren strahlen. Warte, 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 warte. Und dann setzt du dein Portal da. Warte. Nein. Oh, ein Glück, ich lebe noch. Nein. Ah, ha, 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 ich lebe noch. Ninja Reflekte. Pass auf, äh... Der Laser geht hier hin, ich mach... Ja, so hab die erste, hab geschossen. Ich musste so setzen, der muss nach vorne setzen irgendwie, genau. Nee, 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 nee. Der hat große Gesten. Ich bin eingeschaltet. Wie das denn, hä? Weiß ich nicht, was ist das für ne Schiffman? Wofür kriegt man das? Ihr meinst doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Du vollführt gemeinsam alle Gesten nach eurem belieben. Dafür kriegt man großes Ding. Ja, hab ich das auch. Ich hab das neue Tiefal benutzt. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzickung versetzen. Verzickung? Genau, Blader, verzick dich mal. Warte auf ihren Paten. Oh, du bist mein Paten. Oh, bin. Nimm dich. Oh mein Gott. Das war... Gell? Das ist gleich zu gut um die Schauspieler. Wir gehst mal. Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist. Genau, vertraust du mir, Partner? Ach, guck mal, jetzt kann man das auch umdrehen. Also, unser Ziel ist es, zu dieser Tür zu kommen. Dadurch müssen wir das hier zukriegen. Das kriegen wir zu, indem wir wahrscheinlich dort oben irgendwas machen. Na, krieg ich noch ein Portal hin. Genau, da oben muss der Dings hin. Ach, guck mal, da ist ein Würfelfeld. Ja. Wir müssen da hin. Wie kann man das nicht markieren und ran? Jetzt kann man es. Okay. Ach, da ist ein Sprungteil. Ach, guck mal. So, ich geh kurz, äh, du musst unten bleiben, damit, äh, du wenden kannst. Das ist doch einfach ein Level. Disco, Pogo, Dingerlingerling. So, ich gebe dir den Würfel an. Na, komm ruhig mit. Du kannst mitkommen. Ja, ich sterbe lieber. Dann stirb. Mach vorwärts jetzt, mach vorwärts. Ja, nee, nicht vorwärts, du Nase. Ja, okay. Dann mach vorwärts. Na, jetzt kann ich. Jetzt kannst du den Würfel auch loslassen. Nein, ich meine noch. Hör, Fick, wiii. Mein Gott. Ein Schwein in diesem kaputtes Wetter, wa? So, haben wir geschafft. Oh, zu laut. Haha. Geringfühlig. Davon kriegst du wohl nie genug. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blut gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Ja, süßte. Ich bin mal mein Liebling. Hm, Schleimer. Ich hoffe, dass du mir irgendwann auf deiner Stahlspur rauswutscht. Haha. Ich bin so schleimisch, ich kann über Rasiermesser-Klingen laufen. Ja. Zumindest ein bisschen, wenn ich jetzt nicht mehr kann. Nummer 6 von Orange. Ich habe keinen In-Game-Sound mehr. Ja, du musst durch. Ach, mein Drecks-Mikrofon, ey. Ich brauche dringend ein neues Set-Set. Ich empfehle dir das Logitech G35. Das wird halt auch werden. Aber Wireless in deinem Fall, weil du musst ja Wireless haben. Du brauchst aber mehr. Das Headset hat eine eigene Rausch-Unterdrückung, die halt, wenn man nichts, wenn lange kein Ton kommt. Oh, was hast du getan? Gar nichts, ich stehe nur rum. Ja, irgendwie wurde ich zerstört, weil da die Dinger runterkann, die Stachel. Ach so, ich kann doch nichts rücken, oder? Nee. Ich muss doch vorher abspringen, oder so. Na, wohin? Ach, äh, nach da. In dem Steuer kann das sein. Ja, das ist möglich. Äh, wo mache ich das doch einfach mal? Ähm, nee, jetzt schon wieder. Jetzt habe ich keinen Sound. Jetzt hat sich das gemutet. Ich höre jetzt keinen In-Game-Sound mehr. Und erst, wenn du wieder was sagst, dann weiß ich was. Ja, genau. Warte, ich mache mal kurz meinen In-Game-Sound einfach lauter. Das dauert ein bisschen Input. Äh. Sollte schon leicht. Gut, du bist drüben. Das heißt, ich muss jetzt auch drüber. Warte. Ich bin noch zwei Sekunden. So. Jetzt kannst du. Ja, ich weiß nicht, du musst ein Portal für mich machen. Richtig, Blue. Orange hört dich nicht. Ah, nee. Nee, ich habe doch meine Portale auch selbst gemacht. Da machen, da. Danke, mir das zu sagen war sicher nicht leicht. Ach, das kannst du nicht selber. Nee, ich mach jeder, hier ist eine Portalfläche. Äh, eine Antiportalfläche. Und jetzt, ich komm da aber auch nicht hin. Jetzt hier und hier. Da ein Portal. Da ein Portal. Nein. Und jetzt umdrehen den Strahl. Ja. Ich war verwirrt. Mal wieder. Wissen war. Du musst aber jetzt abspringen. Ja. Ja, ich weiß. Ah, der Herr macht sich seine Portale lieber selber. Ja, man, das fühlt sich einfach viel angenehmer an. Brote von Mami schmieren lassen. Portale aber selbst machen wollen, weißt du? Ja, ich bin ganz, ganz groß da. Ich will auch tanzen. Wuuuuh. Oh Mensch, fühlst du dich von Blue betrogen? Wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt, hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nächste Montagestation erreichen. Ganz schön anstrengend, der Arbeitstag heute. Den ganzen Tag. Kisten schleppen. Den ganzen Tag genagelt. Ja, wir mussten halt den ganzen Tag, wir hatten halt... Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Das ist Bruderliebe, Bitch. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als seht ihr nur Maschinen. Tschüss. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, ich habe heute, wir hatten noch einen Planwagen, ganz großen, der war randvoll und da war eine ganze Wohnung drin, in dem Planwagen. Mein Gott. Eine ganze Wohnung. Pass auf, äh... Und das war Großworte, alles einräum und wieder aufbauen. Ah, sehr schön. Drück mal, geh mal drauf. Ich kann nur das machen. Ich kann aber nicht wieder rauslaufen, da hast du ein Gitter. Ja. Ja, Problem ist, ich komme... Ich bin nicht hier oben. Lass mich mal wieder zurückgelaufen. Ich muss da mal in Ruhe gucken, wo ich meine Fatale hinschießen kann. Geh mal auf die andere Plattform. Und da kriege ich eins hin, ich kriege auch... Da ist eine andere Plattform. Da ist eine andere Plattform. Neben dir. Hinter dir. Ja, lass mich doch mal... Äh... Da. Was macht die? Ah, guck mal. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und mich abschieße, ich schieße mich jetzt mal ab, okay? Das heißt, so... Das sind die Dinger weg. Ja, das ist... So, und dann... Keine Ahnung, mach ich jetzt mal... Ja, genau. Also, ich bin oben. Was kannst du jetzt machen? Hier ist die Tür. Ich kann... Ich kann schon hier oben, kann ich, äh... Portal hinschießen. Hier hin. Und ich kann jetzt hier ein Portal machen. Ganz hoch. Okay. Spreng auf das Wasser. Ah, wirklich doch so... Ja, Orange. Blue hat sich wirklich wie ein Dummkopf benommen. Hahaha. Ja, aber ich komm jetzt da nicht rein. Da wärst du mal nicht in Wasser gesprungen. Nee. Sonst mal. Jetzt springt Plattform mal, oder so. Muss irgendwie in den blauen Strahl reinkommen. Ja... Genau, springt rüber zweimal, einfach. Achso, ja klar. Ich kann ja auch einfach da rein springen. Deine Portale sind ja aktiv. Ja, ich hatte keinen anstrengenden Arbeitsstack, denn ich hab ja Ursache. Aber ich hab auch noch bis zu untervorlaufen. Haha. Erstmal schluck. Ich trinke jetzt aus Aquamans Kopf. hab ich mit der Pucksäge aufgesägt und dann draus getrunken. Na, ich trinke gleich ne Aufnahmepause. Das ist der letzte Test der Standardstrecke. Standardstrecke. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. So, das war's aber auch für diese Folge. Den letzten Test der Standardstrecken seht ihr in der nächsten Folge und zwar in Folge 7. Dann sag ich mal tschüss. Und auf Wiedersehen. Hallo.